Ich muss He-Man sofort sprechen. Vielleicht ist er geplatzt. Einfach so. Horsat spritzte auf meinen Armen, das ist alles. Ich weiß wirklich nicht, was du an diesem Barbaren gefressen hast. Deshalb werde ich mich in He-Man verwandeln. Adam, was ist in dich gefahren? Wo ist He-Man? He-Man, immer nur He-Man. Aber mich ärgerst du nicht. Nein, ich bin nicht Adam. Du bist ja ganz aufgeregt. Darauf musst du noch etwas warten. Aber warum sagst du mir nicht, was los ist? Ich komme darauf zurück. Ich wollte, du hättest nur ein kleines bisschen von dem, was He-Man hat. Ich habe die Zauberkraft! Eternia schwebt in höchster Gefahr und ihr versucht Witze zu machen. Du interessierst dich doch höchstens für romantische Gedichte und für den Duft der Blumen. Ja. Du bist ein großartiger Zauberer. Ich habe die Honigbomben abgeworfen. Ich habe Hunger und bin müde. Cringer, alter Kater. Ein bisschen musst du dich noch gedulden. Du bist der größte Dumpfkopf, der mir je begegnet ist. Keine Ahnung. Nein, nein, nun ist es genug. Och bitte, Orko, nur noch ein. Du bleib doch hier. Hier jedenfalls nicht.